Folgendes, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, es gibt ein Horrorspiel, das heißt ARD. Kein Scheiß, das heißt wirklich ARD. Und es ist Teil der Haunted Demo Desk 2021 und das schauen wir uns heute an. Und bitte nicht vergessen, mir ein Abo zu hinterlassen für mehr Videos wie dieses Jahr. Und wow, das war energiegelagert. Anamolous Research Department, also known as ARD. Ich komm drüber nicht gleich. Speedmail, wow. Wir haben, oh, wir haben ein Haufen, was ist das Speedmail? Das ist sehr viel Text. Eigentlich nicht so viel Text. Head of Grand Distribution United Science Foundation, USF. Your fantastic three background- backgrounds, backgrounds, backgrounds are here. Also haben wir hier so alles? Man muss ja alles mal klicken hier. Webspace Operator 3D Maze Extreme. Das ist sehr extreme. Fotobrowser, da haben wir nichts. Oh, doch. Wir können Bilder anschauen. Wow, ist das so der Desktop Simulator 2021. Okay. Solitude. Okay. Ja, Bilder halt. Peace. But at what cost? Was, Oasis? Ist das im Hintergrund irgendwie so... Es sieht aus wie so... 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 Klischee-gegner aus irgendeinem RPG. Den du halt gerade so über den Weg läufst und weißt, weil du so ein Level 1 Gegner weißt. So ungefähr. Background ARD. Official desktop background of the Anonymous Research Department. Und das schauen wir uns mit Freuden an. Wow. Ist das einfach nur das gleich wie das. Dann haben wir Video Browser. Oh, keine Videodateien. Schade. Anti-Hall in an unknown location. A humanoid figure hangs from the ceiling. Was? Wo, was, wie? Ist das nur eine optische Täuschung, Kollege? Macht hier keine Fake News. Das ist auch nur... Okay, das sieht irgendwie komisch aus mit diesen fünf Augen... Ne. Vier Augen. Es ist noch nichts spooky oder so. Was habt ihr denn? Kameras machen manchmal... Was heißt Kameras? Ist einfach halt nur eine optische Täuschung. Vielleicht blöd fotografiert oder sowas. Ach, muss ich mir die ganzen Bilder sozusagen runterladen auf dem Rechner? Habe ich so das Gefühl? Und mir dann anschauen? Oh, warte mal. Diese E-Mail ist ein bisschen zerstört. Das heißt, wir sollten uns lieber mal dann dieses Video anschauen. MV6. Was ist das für ein Format? MV6. Ich kenne... Was war das M4V und MP4, aber das kenne ich nicht. Ja, Image, okay. Das... Äh... Was? Große Humanoide Figur. Zwischen... Wo? Meintest du das hier da oben? Das ist doch nichts. Äh... Komische Spezies, irgendwie? Das sieht irgendwie aus wie schon ein Making-of-Bild oder so, weißt. Das ist ein behind-the-scenes... Ja, das ist ein... Äh, beides gleich, ja. Pale, smiling figure standing in the doorway of an alone location. Photoshop und Decker hat 75%, okay. Alles klar. Ich sollte mir das ansehen. Ich sollte. Ich werde. Klassen wir mal. Oh, weh. Here we go. Old-school footage. Willkommen zurück, 90er. Ja, ein Hotel. Oder draußen an der Straße blinkt das Licht. Oder wahrscheinlich das Schild vom Hotel. Ne, das ist... Ja. Blinkt immer mal wieder. Kein Grund zu sagen. Ach, lol! Lol, ich kann mich ja bewegen! Ihr solltet mir halt einmal mal sagen, dass ich mich bewegen kann? Ja, das ist... Ja, das ist das Schild vom Hotel. Was? Money, wenn ich das so richtig erkenne? Okay. Schönes Bett. Aber Hauptsache, der hat die Bibel! Das ist ganz wichtig. Und was zum Trinken. Bibel und was zum Trinken. Okay. Ganz, ganz wichtig hier in diesem Hotelzimmer. Oh Gott, ich kann hier durchschauen. Oh, ich will hier nicht durchschauen! Okay, das Konzept ist eigentlich ziemlich cool. Ach, wenn ich was tun kann, dann... Ey! Okay. Was kann ich hier tun? Kann ich den Fernseher machen? Ja! Okay. Kann ich hier zuziehen? Oh, warte mal! Habt ihr den Typen gerade da gesehen, der da an der Straße stand? Ja, ich will kein Besucher hier. Nö, 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 nö. Du bist auch garantiert, es ist nicht vor der Tür. Ne. Sieht ihr denn? Da rechts! Wie er einfach da steht. Was ein Klischee-Horror war, ist... Er steht einfach da. Beim nächsten Mal ist er näher. Dann ist er wieder näher. Kann ich hier wieder aufmachen? Andererseits will ich nochmal aufmachen? Nö. Bup, 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 bup. Das ist ein bisschen dreckiges Motel. Ist also heruntergekommen. Das Zimmer zumindest. Kann ich in diese Tür? Was kann ich denn überhaupt tun hier? Ich kann noch umbarschieren! Waa! Ja, das war wahrscheinlich der Hauptcharakter. Dööö. Ich hab schon gedacht, irgendwas Übernatürliches. Kann man's hinlegen? Ich mock schlafen, ich mock hier raus aus dem Motel. Evacuation Plan. No smoking. Smoking in this room will result in a 250 Dollar cleaning fee. Ja, wenn das Geld hat. Irgendwas passiert noch, wenn ich durchgucke. Und irgendwas muss ich hier noch tun. Haha! Was machst du jetzt? Ich hab das... Das Tür versperrt. Ich hab die Tür versperrt. Was machst du jetzt, du da draußen? Jetzt hast du keine Chance mehr reinzukommen. Denn du stehst immer noch an der Straße. Ha. Gut, wir haben hier abgesperrt. Kann ich das Licht... Ja, ich wollte gerade sagen, kann ich das Licht ausmachen? Kann ich überhaupt hier irgendwas machen? Ja, bla 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 bla. Äh, kann ich hier... Irgendetwas tun? Äh, warte mal. Okay, warte mal. Diese Tür war vorher nicht angelehnt. Ähm, da... Äh, blö, 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 blö. Okay, vielleicht hab ich's ver... Äh, du bewegst dich! Geht's dir gut? Soll ich Hilfe rufen? Nein. Ich bleib mal kurz bei dem hier. Also, du hast auf jeden Fall was im Hals, äh, im Nacken zu stecken. Äh, ich werde versuchen, dir Hilfe, äh, zu holen. Und wahrscheinlich der... Wetten, wetten, wetten! Der, wo da draußen stand. An der Straße. Dieser Mensch steht jetzt vor der Tür. Hey! Voll in das Klubsch-Auge gestarrt! Okay. So weit, alles gut. Ich mein, ich find so die Idee, jetzt halt hier auch die... Zur Überwachung dieses Video zu spielen... Ziemlich cool. Also, die Idee von dem Game ist eigentlich schon echt cool. Kann ich was bei dir tun? Hat der schon wieder geklopft? Das war ein bisschen energischer. Ich bin... Oh, ne, da hat was... Hä? Da hat was mir reingeschmissen. Äh, warte mal. Wie hat der das Foto von mir machen können, wenn es er war? Wie ich an der Tür stand, wahrscheinlich durchs Guckloch guckt hab. Und irgendwas am Tisch ist erscheint weg. Ist da die Flasche weg? Äh, Kollege? Bist du noch da draußen auf der Straße? Oh, du bist komplett weg. Du bist komplett weg. Ähm. Wie hast du mir die Axt hier unterjubelt? Und wieso nehm ich die Axt überhaupt, ich Idiot? Äh, danke, unbekannter Mensch. Wieso jubelst du mir die Axt unter? Was will ich mit der Axt anstellen? Hab ich... Ja, die Tür fällt zu. Okay. Passiert. Und was nur? Ich komm hier nicht mehr rein, in die Tür. Soll ich nochmal? Soll ich nochmal rausschauen? Wieso schickst du mir die andere Fotos? Oh, ich glaub, den kann ich... Ey! Okay, der Effekt, der war ziemlich sweet. Oh, was ist das? Äh, was ist das? Äh, was ist das? Das ist ein ekelhaft Effekt grad. Äh, also wiss ich. Ähm. Hi! Hey! Okay, das sah irgendwie komisch aus, hat er ein Auge auf der Stirn gehabt? Äh, keine Ahnung. Oh, das war's. Oh, das war's. Hä? Und so ist das nichts Neues. Und so ist das nichts Neues. Oder ist er irgendwo... Ne, das ist nur Aaaaaaah. Also das Aaaaaaah kann ich erkennen. Aha! Aber ich... Keine Ahnung. Muss ich alle hier anklicken? Ich weiß es nicht. Halt, ich hab da eine neue E-Mail bekommen. Mir heißt E-Mail. Warte, warte. The light of his birth. From? The light... Oh Gott. Das ist eigentlich schon echt creepy. The light of his birth shall spill forth. Okay. Wieso hast du mir einen Bild geschickt, Kollege? Das find ich jetzt nicht lustig. Ja, das ist ein Skelett, der eine Krone auf hat. Hä? Was? Äh! Ich klicke weg! Äh! Nein, 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 nein! Ich will das Bild nicht! Ich hab... Okay, das ist echt ein cooles... Cooles Konzept. Muss ich jetzt das anstehen? Nein! Wieso? Oh. Na also. Man muss nur hartnäckig genug sein. Und... Oh. Ich kann nichts mehr klicken. Auch die Uhrzeit ist komplett... Corrupted. Ja, das wird immer schneller. Äh! Alter, ist das auch eklig! Oh, der Skelettkönig! Die Schall reißt! Oh. Der PC ist kaputt. Warst du schon von dem Spiel? Ich glaub, das war's. Ja, press any key to shut down computer. Ja, Skelettkönig! Okay. Das war eigentlich ein ziemlich sweetes Horrorgame. Ganz ehrlich, das war sehr, sehr sweet. Ist wahrscheinlich auch nur leider nur ein kleines Spiel. Ich weiß nicht, ob da noch großartiger was folgt. Aber das Konzept war mega geil von dem Spiel. So dass du so Überwachungskammer steuerst und dann dies und das passiert. Und dann per PC spinnt immer was durch. Und dann mit dem Bild. Das war echt ne geile, geile Idee. Ich hoffe, von solchen Spielen kommt noch mehr. Und damit sind wir auch wieder am Ende des Videos angelangt. Danke für euch natürlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, werde ich mich über ein Abo freuen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.